Musik Sie sind hier vom Kaleidio, wie man sieht und ich würde gerne fragen, was Ihre Aufgabe im Kaleidio ist. Also am Kaleidio selber bin ich die Bereichsleitung von der Minotopia, von der Kinderstadt. Ich habe aber heute einen freien Vormittag und habe da in der Organisationstentrale ausgeholfen. Musik Wie gefällt Ihnen das so, dass jetzt so viele Kinder am Kaleidio sind? Also ich finde das super, weil ich habe schon mit einigen geredet, die da in der Stadt wohnen und alle haben gesagt, ja das ist voll toll. Die ganzen Kinder sind unterwegs, überall hört man Kinder singen und Musik und so und ich glaube es ist richtig, richtig spannend für die Leute da und macht viel Spaß und ich freue mich auch. Also wie gefällt Ihnen das Kaleidio? Sehr gut und ich freue mich, dass ihr entfragt seid. Musik 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 Musik